Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal, Captain Dax. Wir spielen heute Revontuli Coast, die ganz neue Map, Finnland. Ich bin sehr gespannt. Ich habe schon ein bisschen vorgelunzt, so ein ganz kleines Stück. Aber das wird auf jeden Fall heute richtig, richtig interessant. Ich habe Bock, ihr habt Bock. Let's go! Wir gehen hier mal zum Aussichtspunkt. Wir müssen alles freischalten. Sollen wir heute nicht alles schaffen? Aber in den nächsten Streams bestimmt. Wir bleiben jetzt eine ganze Weile auf Finnland. Warum auch nicht? Ist die neue Map oder nicht? Oder wieder was? Oh, what? Wisst ihr, was mir besonders gut gefallen hat an der kurzen Runde, die ich gestern hatte? Die neuen Killscreens. Ey, ist das geil. Das ist jetzt super für Screenshots, super für Thumbnails und so was alles, wo man richtig das Tier, wo man das jetzt richtig sieht. Und der Bildschirm im Hintergrund, der wurde auch nochmal ein bisschen, der wurde auch nochmal ein bisschen verdunkelt, dass du auch einen größeren Kontrast hast. Und halt auch das hier, das ist Gold wert, Leute. Ich kann einfach, ich kann einfach hier bei der Waffe noch das Visier wechseln im Waffenbrat. Das ist so satisfying. Heute Morgen ist so ein bisschen, ist hier ein bisschen Pflaute, ne? Wir könnten so ein bisschen, also was wir abgrasen können, das ist natürlich frühe Tiere, die trinken. Oder halt auch Tiere, die noch sich ausruhen, also die noch ein bisschen pennen. Ein bisschen ausschlafen wollen, ne? Bis um neun. Die wissen nur, dass Schall verstecken sich. Genau, ich hab gestern ein bisschen vorgeschossen. Und die wissen jetzt, Digga, da ist einer, der schießt auf alles und der trifft auch. Verdammt, wir müssen uns verstecken. In der Hoffnung, dass der andere dann aufgibt und sich stellt. Da ist richtig viel los gewesen in dem Wald, ne? Bären, Weißwedel, Elche, Digga, was geht denn hier ab? Wir haben den Teil des Waldes gefunden, wo die Party abgeht. Also, der wird sicherlich nur Silber sein, so wie ich den einschätze. Tatsächlich, ja. Guckt euch diesen neuen, cleanen Killscreen an. Oder? Er sieht, also dadurch, dass er jetzt ein bisschen dunkler ist, sieht das krass aus mit dem Licht und dem Skelett. Und vor allem, jetzt, pass auf, jetzt kommt der Birner. Da. Digga, das sieht so gut aus. Das sieht so gut aus. Das ist krass. Ja, ich hab dich gesehen. Aber, ich hab Rückenwind und muss dich eigentlich von hier ausschießen, mein Freund. Wenn du dich mal kurz eindrehst. Ja, sehr gut. Oh, schön. Schönes Ding. Deine Kumpels kommen, um dir zu helfen. Das ist sehr gut. So. Silberner Weißwedelhirsch. Du könntest, glaube ich, Gold-Potential haben, wenn mich nicht alles täuscht. Da ist er. Gold. Sehr gut. Ganz knapp. Aber, schöner Drive-By, doppelter Lungentreffer. Bisschen hoch. Aber, das muss noch. Ah, der war ein bisschen, der war ein bisschen knapp, der, äh, Lungentreffer. Aber, okay. Silberner Weißwedelhirsch. Ach, lol. Das ist die Unterkunft. Ich hoffe, ich krieg hier einen Container hingestellt, damit ich Waffen tauschen kann und so. Boah, vor allem, hier sieht's ja aus. Dega. Rotwein. Bier. Pizza. Was auch immer. Limonadenbecher. Hier gibt's ne... Hier gibt's ne Hunter-Magazin. Mit anscheinend Spießwirken drauf. In der Savanne. Ruhe ist eine Savanne, genau. Boah, hier sitzt ja... Ich hoffe, jetzt wird hier aufgeräumt. Guck mal. Das ist ja ein geiler, geiler Spot. Der wird... Also, es bleibt einfach dreckig. Du hast da so einen schönen Schlafsack. Hier kannst du pennen. Es ist auf jeden Fall mal was anderes. Hier kannst du deine Ausrüstung tauschen. Wir laden mal nach. Vielleicht kriegen wir auch zwei. Da stehen ja zwei ziemlich nebeneinander. Ja, und sein Bruder da. Das ist sein Bruder. Und das ist er. Nee, keine Chance. Das war ein schlechter Schuss. Komm, dreh dich noch mal kurz ein. So ein bisschen. Ein bisschen zumindest. Ja, ja. Jetzt haben wir keine Luft mehr. Schön. Das habt ihr nicht gesehen. Das habt ihr nicht gesehen. Das war schlecht. Mehr jetzt schlecht. Das war richtig schlecht. Dafür war das besser. Eieieiei. Ja, okay. Warte mal. Wir haben gerade ein Scale gelöst, dass wir keinen Fallschreiben mehr bekommen. Oder weniger zumindest, ne? Wird hier kein Problem sein. So. Goldener Weißwellehirsch. Mit Ankündigung. Top. Schönes Geweih. Schönes Tier. Ich glaube, bitte Lungentreffer. Keine Organe, sehr frisch. Okay, doch nicht gut getroffen. Aber dafür schnell gestorben, finde ich. Langsamer. Ja, hier unten reingetroffen. Okay, verstehe. Schade. Schade. Alles gut, mein Kleiner. Wir haben Rückenwind, aber ich kriege dich trotzdem. Müsste der sein, den wir da so behindert geschossen, also verschossen haben. Oder überhaupt gar nicht getroffen haben, ne? Was habe ich befürchtet? Loll. Habe ich wirklich in den Dreck geschossen? Nein. Wirklich? Wirklich? Dias hier. Hi. Ich habe in den Dreck geschossen, aber der zweite dürfte Hals-Nasen-Ohren-Schuss gewesen sein. Hoffe ich. Den wollte ich schon beim ersten Mal aus der kurzen Distanz. Ich habe leider in den Dreck geschossen. Das ist immer gar nicht so einfach, wenn da wirklich ein Dreckhügel vor euch ist. Ihr habt ja einen gewissen Abstand zwischen da, wo die Kugel rauskommt bei der euren Knifte und da, wo das Objektiv ist, wo das Zielfernrohr ist. Und dieser Abstand, wenn du oben schon durchguckst und siehst über den Dreckhügel, der vor euch ist, aber die Kugel geht trotzdem rein, weil dieser Abstand halt überbrückt werden muss. Ja, ist ja geil. Schön. Trotzdem Silber. Oh, was haben wir denn da? Oh, was haben wir denn da? Wir haben eine Gans geschossen. Die liegt bestimmt auf dem Wasser. Hallo. Ist egal, komm. Digga, hier geht ja voll was ab. Überall Hühner. Ja, 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 ja. Nicht mit mir, Fräulein. Nicht mit mir. Ach, die kann mich verarschen, ne? Die dachte, sie kann mich verarschen. So. Silber. Waren wir sie getroffen? Ziemlich hinten in den Po. Naja. Okay. Ich hätte da noch ein bisschen weiter vorziehen können. Aber schönes Tier, finde ich. Sehr, sehr schönes Tier. Was haben wir denn da? Digga, sowas habe ich noch nicht geschossen. Das ist ja fast schon Tutankroß. Guck mal, wie der noch abgeht, ne? Der kriegt eine Kugel und macht erstmal so. Wo kam die her? Geil. So. Guck mal. Guck mal. Goldener Auerhahn. Auerhuhn. Aber eigentlich ein Auerhahn, ne? Aber hier sind wirklich... ...wirklich kleine, zarte Böcke dabei. Es lohnt sich nicht, da drauf zu schießen. Der hier vorne... ...der hat schon Goldpotenzial auf jeden Fall. Natürlich die Frage, versteckt sich hier im Schilf noch einer? Ich glaube aber fast nicht. Ich glaube aber fast nicht. Wir sollten... ...auf schießen. Und dann mal gucken, was sich da noch so bewegt. Nichts, ne? Das war der einzige Bock in der Gruppe. Da hinten ist einer. Der ist noch besser als den, den ich gerade geschossen habe. Muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Das war zu hoch. Aber... ...down. Ja, wahrscheinlich... ...wahrscheinlich Wirbelsäulentreffer. Ich... Digga, was geht hier ab? Digga, was geht hier ab? Oh, der ist tatsächlich nur Silber. Boah. 192,2. 193,7 ist Gold. In der Hoffnung, dass ich einen von beiden... Also den einen, den weiß ich, der habe ich auf jeden Fall erlegt. Aber den ich... Doch noch... Entschuldigung. Doch noch die... Die Lunge getroffen. Ja. Aber ich glaube, den Elch haben wir nicht getroffen. Er wird mir jetzt auch... Also anhand des Jagddrucks würde ich sagen, nein. Ich habe übrigens auch einen Discord-Channel. Der Link ist in der Videobeschreibung. Wenn ihr da im Channel erlegt es schaut, poste ich alle Stream-Abschlüsse. Das ist hier übrigens ein Stream-Upload, falls ihr es noch nicht bemerkt habt. Und im Channel erlegt es sind alle Abschlüsse von den Streams nochmal drin als Screenshots. Könnt ihr gerne reinschauen. Im Channel erlegt es Community dürft ihr gerne eure Abschlüsse präsentieren. Falls ihr auch hinter spielt, eure Diaz, eure besonderen Farben, was auch immer, postet es rein. Ich werde es kommentieren. Vielen Dank. Muss ich nachher zusammenschneiden, damit das nicht so behindert klingt. Ihr bekommt immer im Stream die pure, den puren Dachs, ne? Mit allen Sprachkrebsfehlern, mit allen Behinderungen bekommt ihr den puren Dachs, ne? Und auf YouTube bekommt man nur ein verschönertes Bild zu sehen. So einen polierten Diamanten, ne? Und vorher bin ich hier einfach ein Stück Kohle im Stream. Bin ich scheiße. Och, der ist ja süß. Und weg. Und weg ist er. Er erwischt. Ich hab ihn erwischt, aber... Keine Organe. Ah! Da war ein Po von einem anderen Elch im Weg. Nein! Ach, Mann. Ich hasse das, wenn die Teamwork... Wenn die Teamwork machen. Was ist hier eigentlich mit Wasserfügeln, ne? Also diese Map wurde mir so angepriesen mit 83.000 Entensorten. Ich sehe noch keine. Sind die irgendwie... Sind die in den Süden geflogen oder sowas? Der sehr schwere Luchs ist noch da. Müssen wir uns jetzt... Wir haben auf jeden Fall keinen Rückenwind. Wind kommt von vorn. Das ist gut. Müssen wir uns da anschleichen. Ich hoffe, er ist noch nicht weggelaufen. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Was ist das eigentlich Häubchen, was ich in den Ass geschossen habe? Hä? Dimensionsloch und weg. Ach, nee. Halt, stopp. Halt, stopp. Schön in den Ass. Wie sie ihn mir auch noch so präsentiert. So, von wegen. Schieß mich doch. Schieß mich doch in den Po. Zack. Rein. Und jetzt gucken wir mal, ob der Luchs sich ergeben hat. Das sieht sehr gut aus. Der erste Treffer war nicht so toll. Der zweite Treffer hingegen schön tödlich. Das ist unser Lüchschen. Gold. Gold. Goldener Luchs. Schön. Ja, ja, ja. Wer ruft da nach mir? Digga, vom Geweih her sieht der krass aus. Das ist ein Vierer. Ich scanne ihn doch schon. Drei, ja, immer noch. Okay. Bist du nervös? Nein. Aber du willst abhauen. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Nicht mit mir, mein Freund. Ich muss erst mal nachladen. Wir haben nämlich alle Zeit der Welt schön in Ruhe. Der Elch ist ja immer noch da, ne? Zack. Schöner, sauberer, cleaner Treffer. Ich habe leider heute noch kein Vierer-Eich gesehen. Gestern war der erste Elch, den ich gesehen habe. Vierer mit einem riesigen Geweih. Und ich dachte, wow, krass. Ich hoffe, der ist nicht dir, weil ich ja gerade in dem Moment nicht gestreamt habe. Und wenn, dann möchte ich sowas off-stream, äh, on-stream, off-stream, genau, off-stream. On-stream schießen. Geht, ne? Vom Geweih her ist okay. Leider auch nur Silber. Oh, okay, okay, okay. Der sah irgendwie von weiten Zahl größer aus, als er ist. Was haben wir hier? Warte. Warte. Hier unten habe ich meine Gans vermutet. Jetzt haben wir sie hier gefunden. Nein. Das ist meine Gans von vorhin. Digga, die ich aus der Luft geballert habe. Schön. Guck mal. Bäm. In den Flügel. Das ist die Gans von vorhin. Die habe ich wieder gefunden. Ey, so viel Glück musst du erst mal haben, ne? Ich wollte gerade dran vorbeigehen, weil ich dachte so, ja, es ist eine Fressstelle von einem Bären, von einem Luchs, wie auch immer. Da vorne war ja auch ein Luchs, ne? Und ich so, nö, das ist die Gans, die ich vorhin geschossen hatten wollte. So klein ist die Matt, ne? So klein ist die Matt. So, wir sammeln unsere Ente ein. Ne, unsere Gans. Entschuldigung. Ich habe für alle Gänse im Chat, ich wollte euch nicht beleidigen. Hm? 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 was ist da gerade passiert was ist da gerade passiert sich jetzt hier nicht ein also ich hab den doch ich hab den doch ganz eindeutig in die brust geschossen was war denn was war denn da jetzt schon wieder los da kommt er den wir wenn wir versucht haben zu schießen das ist sehr gut ist der 102 jahre der ist schon ein bisschen saftiger den können wir auch nehmen selber guckt euch dieses süße geweih an da könnte ich mal wieder ein 300 meter schuss versuchen das ist der kleine elch der ist silber ich wollte mich noch mal ganz kurz für die für den letzten support auf youtube bedanken vielen dank für all die abonnenten die dazu kamen vielen dank für eure kommentare vielen dank für die ganzen klicks ich hoffe euch gefallen meine videos vielen herzlichen dank so unser ich den wir gerade geschossen haben ist silber zumindest das huhn haben wir erwischt und wer ist das huhn silbernes hühnchen oh das sieht immer aus wie ein roadkill das könnte ein roadkill werden easy peasy aber guck mal alpenschneehuhn alpenschneehuhn möchte in der luft geschossen werden roden schade silbernes weibchen zippt braun schöner doppelter lungtreffer feines modell sieht richtig richtig nice aus ja vielen dank fürs einschalten vielen dank dass ihr dabei wart heute das erste mal auf relevant to the coast der neuen map von the hunter es hat mir sehr sehr viel spaß gemacht vergesst das abo auf youtube nicht vergesst den follow auf twitch nicht der link ist in der video beschreibung ihr könnt natürlich auch auf meinen discord kommen da sind alle abschlüsse im channel erlegt nochmal als screenshots hinterlegt der link ist auch in der video beschreibung ich wünsche euch viel spaß und bis dann bis zum nächsten mal ciao